Guten Morgen, wir sind hier in Hoffenheim und ich habe heute hier meine Leistungsdiagnostik und ich nehme euch über den Tag heute mit. Wir haben zum einen die Beweglichkeitsmessungen gemacht mit dem FMS, Hungengelenksbeweglichkeitsmessungen, auch für die Großzeebeweglichkeitsmessungen, dann werden gleich noch PNF-Tests gemacht, Sprungtests haben wir auch gemacht, auch den Armhop für Schulter, Kraft und Beweglichkeit. Danach ist dann noch die psychologische Testung und am Ende ist noch ein Krafttest an der Isokinetikmessung. Ja, ich bin soweit jetzt fertig, hatte jetzt meinen letzten Test, das war ein Stress. Und ja, jetzt fahre ich heim und erst mal Mittagessen. Kommt rein. Ja, ich bin gerade zu Hause angekommen, habe mich noch geduscht nach dem Test und ja, ich habe noch Besucher, meine Freundin und ihr Hund Rudi. Hi, ich bin Paula und das ist Rudi. Und ja, jetzt gibt es erst mal Mittagessen und ja, das ist so der Plan. Ja, also ich war hier schon immer in Mannheim, also ich bin hier geboren und bin dann durch meinen Bruder aufs Eishockey gekommen und war dann auch hier in der Laufschule und bin dann auch wirklich durch alle Klassen durch, also Wuppi, Bambini, Knaben, Schüler bis zu den Jungadlern, hatte ich fünf Spiele für den Jungadler. Danach habe ich mich verletzt, konnte dann etwas länger kein Eishockey spielen und habe dann irgendwann nur noch trainiert. Und ja, dann hatte ich ein Jahr in Nürnberg, habe da ein bisschen gespielt und bin dann jetzt wieder zurückgekommen vor einem Jahr. Sie war auch bei mir in Nürnberg öfters und ich bin auch regelmäßig dann nach Mannheim gekommen, an freien Tagen, um meine Eltern und sie zu besuchen. Natürlich war sie glücklicher, als ich dann nach Mannheim gewechselt bin, aber auch meine Eltern waren glücklich, dass ich wieder zu Hause bin. Also für mich ist das etwas sehr Besonderes in Mannheim, spielen zu können. Ich war ja hier auch damals so ein Einlaufkind. Da habe ich immer zu den Großen drauf geguckt und habe mir gedacht, das ist schon cool. Und ja, ich kenne sogar eine kleine Geschichte noch von damals. Da haben wir so eine Runde gedreht und danach haben die Adler gewonnen und wir durften mit den älteren Spielern wieder aufs Eis gehen. Und da habe ich den Dennis Reul damals gefragt, ob ich einen Schläger bekomme. Auf dem Schläger wart ich aber immer noch. Ja, und nee, es war schon ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Immer noch etwas ganz Besonderes, jedes Mal in die große Arena zu kommen und vor den Fans zu spielen zu dürfen. Ja, also wir sind jetzt hier fertig und fahren jetzt zusammen zum Escape Room und vorher sammle ich noch die Jungs ein. Das war's jetzt. Ja, mach mal aus. Ob du wirklich richtig stehst? Siehst du, wenn das Licht angeht? Warte. Das Licht ist doch an. Eins, drei, drei. Wie, jetzt bewege ich mich mal kurz zurück. Schaut mal in den Spiegel. Ähm, mach es über den Bildern. Könnt ihr da irgendwas erkennen. Mach Licht aus. Mach Licht aus. Mach Licht aus. Nee. Mach Licht aus. Mach Licht aus. Mach Licht aus. Ja klar, zwei, drei, neun. Bruder. Meine Fresse sind mir hoch. Bestimmt das? Oh nein. Ah! Safe. Busch. Busch. Such ein Bild mit Busch. Busch. Busch war halt ne Angst. Oh mein Gott. Pttttttttt. Tttttt. Tttttttt. Hallo, bleib mal rein. Hier ist ein Zahn-Cohr drin. Tim, hier, Time Out. Machen wir Gangzeit. Ach Gott. Hallo Bitteschön. Hi, wir haben zuerst nichts gerafft, was wir von uns wollen. Einmal Döner mit alles. Ja, wir wollten noch einen Tipp. Max, Digga, du bist eine Maschine. So, wir waren jetzt bei Rhein-Neckar Escape. Es hat unglaublich Spaß gemacht und ich hoffe, der Tag mit mir hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.